Laht, 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 lahtaka! Servus und Hallo aus der Länderspielpause. Unser geliebter Jan Regensburg hat heute gegen die Spielvereinigung Unterhaching getestet und ich war vor Ort, hab mir meinen ersten Sonnenbrand diesen Sommers aufgeholt und ich möchte euch ein paar Eindrücke schildern, weil die Anschlusszeit war nicht sehr arbeitnehmerfreundlich. Aber jemand wie ich hat es natürlich trotzdem geschafft. Aber ich war sogar mal ein bisschen früher wach, bin nicht aufgestanden und sofort um 13.30 Uhr zum Karl-Wachweg gefahren, sondern hatte einen Termin da ums Eck und dann ist es sehr gut aufgegangen. Es waren trotzdem einige Leute da, die Tribüne war gut gefüllt. Außenrum nicht so viel los, wie natürlich, wenn es Vorbereitungsspiele sind, die zu besseren Uhrzeiten sind oder auch vor der Saison. Aber ja, für die Uhrzeit ein sehr gut gefüllter Karl-Wachweg. Und ich persönlich finde es immer ziemlich geil, wenn sie am Karl-Wachweg spielen und sich nicht irgendwo in der Pampa treffen und ein Testspiel abstatten, wo man nicht zuschauen kann. Von der Aufstellung her haben sich beide Trainer wohl das Ziel gesetzt, eher den Leuten aus der zweiten Reihe Einsatzzeit zu geben oder zumindest halt die, die sehr nah dran sind. Bei Unterhaching hat es, glaube ich, in der ersten Halbzeit auch funktioniert. Bei uns waren nur vier Leute auf der Auswechselbank und Alex Weidinger ist am Ende gar nicht eingewechselt worden. Also mit nur drei Auswechselspielern haben wir jetzt nicht versucht, dann noch irgendwelche Jugendspieler noch aufzubauen oder reinzuschmeißen, sondern, glaube ich, wirklich nicht die zweite Garde, würde ich sagen, weil ich meine, da sind genug Leute dabei, die auch Spielzeit bekommen haben, aber halt die, die zuletzt nicht in der Startelf standen und nicht 90 Minuten durchgespielt haben. Also natürlich ist jemand wie Paula Speck jemand, der jetzt eher zweite Garde ist, wenn man so bezeichnet. Aber Brian Hain, Rasenbulic, Niko Choisky, Alex Bittroff, Robin Ziegele, Noah Ganaus, Jonas Bauer, Max Meier, Dejan Galien und Tobi Eisenhut. Wenn man sich das jetzt durchliest, dann sind von diesen elf Leuten acht, die immer wieder eingewechselt werden und sehr wichtig sind für unser Spielsystem. Auf Seiten der Unterhachinger haben sie, wie gesagt, am Anfang auch sehr viele gehabt, die sehr nah an der ersten Elf dran sind. Also Finn Seidel zum Beispiel, Viktor Zentrich, Julian Kügel, Andi Breuer, alles Leute, die auch schon Einsatzzeiten in der Drittliga haben, immer mal wieder eingewechselt werden, aber nicht die nominelle Startelf meistens sind, weil der Grund ist ganz einfach. Ich hätte mir natürlich auch gewünscht, wenn Unterhaching mit der vollen Kapelle angereist worden wäre, dann hätte man, glaube ich, besser einschätzen können, ob unsere, in Anführungsstrichen, zweite Garde drittligatauglich ist und einen Drittligisten wegknallen kann, was ja respektabel genug gewesen wäre, weil, ich meine, wir haben letztes Jahr dritte Liga gespielt und es sind, ja, Drittligaspieler wie die Unterhachinger auch, bloß, dass sie halt dann aufgestiegen sind und jetzt ein paar Zweitligaspieler in den Füßen haben, aber jetzt bis auf, ja, Leute wie Pollersbeck oder Bittroff jetzt keine, oder Ziegele, die schon großartig Zweitliga-Erfahrung hatten. Deswegen wäre es ein schöner Kräftemessen gewesen, in der ersten Halbzeit hat es auch einigermaßen funktioniert, aber jetzt komme ich wieder zurück. Die Unterhachinger haben am Tag davor gegen den FC Deisenhofen im Achtelfinale des Landespokals gespielt, den wir ja zum Glück nicht mitspielen müssen, eines meiner, wo wohl ich gerne auch zu solchen Vereinen fahre, aber wir wissen alle, da fliegt man auch gerne mal raus. Unterhachinger hat es aber geschafft, Deisenhofen mit 0 zu 3 zu schlagen und ist ins Viertelfinale eingezogen, aber ich bin lieber direkt für den DFB-Pokal qualifiziert und habe lieber ein Freundschaftsspiel in der Länderspielpause als ein Totepokalspiel. Genau, also dann die Unterhänger eben in der ersten Halbzeit auch durchaus mit einer schlagkräftigen Mannschaft, das hat man auch im Spiel gesehen. Wir haben die zwar, ja, von Anfang an dominiert, würde ich behaupten, also die sind nicht großartig aus ihrer Zone rausgekommen, es war sehr beeindruckt, wir haben sehr beeindruckt, wir haben sehr hohes Pressing gespielt, vor allem die Außenverteidiger haben mir sehr gut gefallen und ein gutes Zusammenspiel mit den Außenstürmern, natürlich auch gewohnt hohes Anlaufen von jemandem wie Noah Ganaus, das hat die Unterhachinger zu sehr, sehr vielen Fehlern gezwungen, wo dann ein Rasenbulic oder ein Siegele oder ein Bittroff den Staubsauger gemacht haben, den Ball im Mittelfeld erobert haben und den sehr gut verteilt haben. Wer mir in der ersten Halbzeit sehr gut aufgefallen ist, beziehungsweise die ersten 25 Minuten der ersten Halbzeit, war Niko Choisky, der war immer frei, der war seinem Gegenspieler läuferisch überlegen, also der hat schon so Conny-Faber-Vibes, Wahnsinn, was der für ein Tempo hat. In der zweiten Halbzeit gab es eine Szene von ihm, wo er wirklich zwei Meter schneller war und der andere nur noch mit einem Flexen reagieren konnte. Ich würde behaupten, in einem anderen Szenario hätte es Dunkelgelb gegeben, wenn nicht gar. Na, Rot ist übertrieben, weil er ist nicht aufs Tor zugelaufen. Aber Dunkelgelb, da hat er Schiri das stecken lassen. Apropos gelbe Karten, wir haben zwei kassiert. Ich glaube, Bittroff und Siegele waren wirklich zwei harte Fouls. Also, die haben dann, ich möchte es nicht despektierlich austritten, aber der sehr jungen Mannschaft, der Unterhanger, auch ordentlich mal auf die Socken gegeben. Weiß nicht, wenn sie es bei uns gemacht hätten, hätte ich mich aufgeregt. Also, ich könnte mir auch vorstellen, dass die Unterhagen das nicht gut fanden. Aber verletzt hat sich keiner. Aber die Zweitliga-Jungs haben es gezeigt, dass auch im Testspiel die Knochen knattern. Kurze Werbeunterbrechung für den Rebest Fitness Club in Regensburg. Wenn ihr trainieren wollt, ohne euch einen Sonnenbrand zuzuziehen, ohne rausgehen zu müssen, dann kann ich nur den Rebest Fitness Club empfehlen. Wenn ihr über 1889 ein Abo abschließt, dann bekommt ihr einen vergünstigten Tarif und zwei Sitzplatzkarten, je nach Verfügbarkeit des Spiels. Also, das müsst ihr dann mit dem Rebest selber ausmachen. Ihr könnt zum Probetraining gehen, ihr könnt euch erstmal beraten lassen. Ihr müsst da nicht sofort unterschreiben. Schaut einfach mal beim Rebest Fitness Club vorbei, ruft dort an, schreibt eine WhatsApp, macht einen Termin aus. Alle Infos dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter. Sind dann auch gleich über die rechte Seite, wie gesagt, auch Heusky und auch Jonas Bauer, einer der aufhelligsten, die beiden aufhelligsten in den ersten Minuten, haben da die rechte Seite zerlegt und Wirbel gemacht. Sehr, sehr geile Franke von Jonas Bauer. Über die rechte Seite Haare spitzen. Ich weiß nicht, wer nicht eingenickt hat. Ich glaube, Meier war es, der dann vorbeigerauscht ist. Aber unfassbar gut, gute Sache. Noah Ganaus war in der ersten Halbzeit eher schon auch nominell Stürmer, hat sich aber sehr oft nach rechts fallen lassen. In der zweiten Halbzeit hat er dann rechts außen gespielt und Jonas Bauer ist auf die linke Seite gegangen. Das 1-0 fällt dann, ich muss mich dunkel erinnern, guter Steckpass, glaube ich, auf Noah Ganaus. In der zweiten Liga hat er die manchmal auch nicht verstolpert, aber er ist nicht an seinen Gegenspieler vorbeigekommen. Aber der Unterhachinger war ihm körperlich so krass unterlegen oder eben Noah Ganaus überlegen, wie er es ausdrücken wollte. Aber er hat sehr gut seinen Körper dazwischen gesteckt. Sein Gegenspieler hatte überhaupt gar keine Chance, an den Ball zu kommen. Tänkt sich an die Grundlinie durch, legt ihn zurück auf Meier, der muss nur noch reinschieben. Der kommt eben mit hohem Tempo, Torwart keine Chance. Perfekt herausgespielt, besser kann man es nicht machen. Genauso wünsche ich mir Angriffe, so weit wie möglich gehen, den Ball zurücklegen, unverteidigbar, sehr stark gemacht, Noah Ganaus. Und natürlich auch gut eingelaufen von Max Meier. Waren dann in der Folge auch drückend überlegen, wie gesagt. Also sehr, sehr viele Standardsituationen, wenn man ein bisschen kritisch sein möchte. Muss man sagen, wir haben sehr viel probiert. Also Eckballvarianten haben wir oft auch versucht, uns jetzt abzugucken, wie es die Führter gemacht haben. Also einer schleicht sich hinten weg, der Ball kommt sehr, sehr weit am Torwart, an der ganzen Verteidigung vorbei, der hintere Köpft ihn wieder rein. Und in der Hoffnung, dass dann Unordnung entstanden ist, kann ihn dann jemand vielleicht aufs Tor köpfen. Das hat einmal ganz gut funktioniert. Aber ansonsten war das rotlose Kunst. Es ist die Standards oft verpufft. Zwar so halbgefährlich gewesen, aber am Ende war es brotlose Kunst, obwohl wir sehr viele Ecken hatten. Ich habe jetzt nicht mitgezählt. Aber wer den Podcast auf YouTube schaut, da sind auch Bewegtbilder drin. Und ich glaube, ich habe jede Ecke gefilmt. Also zählt einfach mit. Freistöße gab es auch einige. Da wäre mir jetzt auch kein großes Ding aufgefallen. Von Unterhaching aber auch nicht. Da haben wir alles sehr souverän wegverteidigt. Dann kam es aber mal, ich glaube, eineinhalb oder zwei Minuten Druckphase von Unterhaching. Da fällt dann auch gleich das 1-1. Das ist ein bisschen bitter, finde ich. Also man muss nicht bei jeder kleinen Druckphase ein Gegentor kassieren. Das ist so mein Resümee. Aber die erste herausgespielte Chance war ziemlich stark. Da greifen sie mal schnell an. Köpfen dann auf das Latten-Dreieck. War der Spieler relativ ungedeckt. Da war ein bisschen schlechte Zuordnung. Und dann habe ich gerade die Chance auf Instagram gepostet und war eigentlich alles um. Deswegen habe ich es nur noch aus dem Augenwinkel gesehen. Wir machen Spielaufbau mit Polarspeck. Der hat eigentlich mit zwei Innenverteidigern zwei Anspielstationen. Ich glaube, Ziegele und Bittruf stehen da. Und dann kommt das, was bei dem Mitspiel im Torwart oftmals passiert, aber nicht passieren darf. Er spielt den gedeckten Spieler an. Der schafft es nicht, seinen Körper richtig dazwischen zu halten. Der Gegenspieler gewinnt den Ball im 16. und kann ihn dann einfach einschieben, weil er im 1 gegen 1 gegen Polarspeck gewinnt. Also ja, eigentlich ein hundertprozentiger Fehler vom Torwart natürlich. Ich würde behaupten, sowas passiert gerne mal, wenn man als Torwart versuchen möchte, jedem zu zeigen, hey, ich bin doch der mitspielende Torwart, aber dann doch ein bisschen die Spielpraxis fehlt, die Eingespieltheit mit seiner Abwehr und dann bringt man halt seinen Abwehrspieler in Bedrängnis. Aber ich als Torwart oder mittlerweile Torwart persönlich wünsche mir dann immer, wenn ich so einen Fehler mache, dass halt mein Innenverteidiger noch so klug ist und sich irgendwie auf den Ball fallen lässt oder ja, den Zweikampf dann nicht verliert. Aber unterm Strich kann natürlich der Innenverteidiger wenig dafür. Hätte man aber trotzdem noch verteidigen können. Trotzdem bitteres Ding von Julian Polarspeck. Und dann kann ich gleich mal persönlich auf ihn eingehen. Ein undankbares Spiel für ihn. Hachinger hatten so gut wie nie Chancen. Das einzige Tor, was die Hachinger schießen, passiert aus deinem eigenen Fehler. Ansonsten hat man schon gemerkt, dass er gerne Spielaufbau macht. Wird Urde sehr oft gesucht. Hat sehr oft den langen Ball gebracht. Wartet extrem lange, bis er den Ball los wird. Also lasst den Gegner sehr lange auf sich zulaufen. Bleibt dann eigentlich cool, bis auf diese einen Situation. Weiß nicht, was ihn da geritten hat. Als er den Ball im Mittelfeld, also er war oft auch rausgerückt, hatte, ja, hat er sich nicht beirren lassen von irgendeinem Pressing. Genau, also ich glaube, er wollte einfach zeigen, dass er der mitspielende Torwart ist. Auszeichnen paradenmäßig konnte er sich leider nicht. Hätte ich gerne gesehen, aber da gab es ganz wenige Schüsse aufs Tor. Das, was aufs Tor kommt, hat er wegverteidigt. Oft hat er die Situationen schon vorher entschärft, weil er eben rausgekommen ist. Also, ja, kann man nicht meckern. Wenn er das Tor nicht gefangen hätte, hätte man gar nicht erwähnen müssen, glaube ich, weil, ja, es ist ein undankbares Spiel für einen Torhüter gewesen. Ich habe ja vorhin gesagt, die rechte Seite hat sehr viel Wirbel gemacht. Ging auch ein bisschen was über die linke Seite, aber da hat man gemerkt, dass Brian Hain und Max Meier jetzt noch nicht so gut eingespielt sind wie Ochoiski und Jonas Bauer. Und es ging, wie gesagt, viel auch über die linke Seite, aber das verpuffte oft. Max Meier hat oft den ersten Touch sehr gut gemacht und dann aber ein bisschen überhastet die Flanken reingebracht oder sich dann verlaufen. Und bei Brian Hain hat man gemerkt, dass er spielerisch und dahin deutlich überlegen war, auch oft erst mal zwei, drei Spieler ausgespielt hat, aber dann nicht zwingend genug war. Ich glaube, er hatte mal einen Fernschuss, der ist, glaube ich, verhungert, hat oft den Ball dann nicht in die Spitze gespielt, sondern dann auch nochmal quer oder nach hinten. Ja, brotlose Kunst leider, aber in den Ansätzen super. Habe jetzt aber noch keinen Sprung gesehen, dem es rechtfertigt, dass man jetzt quasi zum Beispiel in die Start der zweiten Liga steckt. Aber ja, von den Anlagen her, ein phänomenaler Spieler. Ich hoffe, da kommt noch eben der nächste Sprung als Verteidiger eben den letzten Ball nicht verlieren und wenn man antreibt, den richtigen Pass macht. Und da fand ich, hat Ochoiski auf der anderen Seite die bessere Arbeit geleistet. Hainer war auf jeden Fall der spielstarkere Außenverteidiger. Hat man in der zweiten Halbzeit dann vor allem gemerkt, als Unterhaching, ich gehe dann später drauf ein, ja, nur noch junge Spieler eingewechselt hat, da hat er teilweise drei Leute nass gemacht. Also, macht Spaß, ihm zuzuschauen, aber der nächste Schritt, der muss dann sein, dass da noch ein bisschen mehr rauskommt oder zählbar ist. Dass die Unterhachinger nicht zu vielen Chancen kommen sind, liegt natürlich auch an einer sehr starken Verteidigung. Bittroff und Ziegele haben da nicht viel anbrennen lassen. Bittroff auch mit der hervorragenden Raumaufteilung ist auch als Kapitän, war für mich auch zu Recht, auf den Platz gegangen. Hat gute Anweisungen gemacht, hat seine Außen- und die Abseitslinie gemanagt. Ziegele wie gewohnt, ein absolutes Kämpfertier. Hat sehr viel Spaß gemacht. Also es liegt nicht nur daran, dass die Unterhachinger da nicht die erste Garde geschickt haben, sondern die zwei haben da auch ordentlich alles im Keim erstickt. Es ist, glaube ich, einmal ein Fehlpass passiert beim Spielaufbau. Den haben sie sich dann aber wieder gegenseitig, ja, ausgebügelt. Davor Rasim Bulic, der auch ein bisschen mehr im Spielaufbau eingebaut wurde. Also ich glaube, für ihn auch sehr wichtig, dass dieses Testspiel gegeben hat. Er hat natürlich so ein bisschen das Nachsehen, weil ihm eben die Komponente Spielaufbau fehlt. Sieht so aus, als würden sie es jetzt quasi versuchen reinzubauen, reinzutrainieren. Hat auch teilweise gut funktioniert. Hat sich sehr oft in den freien Raum fallen lassen. Hat Zeit gehabt, die Bälle von links nach rechts zu spielen. Ja, also ich würde sagen, ein gelungenes Testspiel von Rasim Bulic. Und wie man ihn kennt, natürlich auch im Testspiel gefightet, aber da kann man es nicht ganz so gut rüberbringen, wie wenn man die Kurve anheizt. Aber ein typisches Rasim Bulic-Spiel, wäre mir nicht negativ aufgefallen. Und wie gesagt, diese Komponente, dass er jetzt Spielaufbau macht, perfekt. Eisenhut, paar gute Ansätze, gute Spielverlagerung auch. Ich glaube, kein großartig verlorener Zweikampf. War körperlich auch, eben den Unterhänger öfters mal überlegen. Sonst wäre er mir aber nicht aufgefallen und wäre mir leider gar nicht aufgefallen ist und ich hoffe, ich bin nicht unfair und er hat ein super Spiel gemacht, aber mein Gesicht, der Gedächtnis hat ihn einfach nicht wahrgenommen. Aber das war Dejan Galien. Er hat, glaube ich, jetzt auch kein Tor geschossen und er hat keine großartigen Szenen gehabt. Ich hoffe, ich tue ihm nicht Unrecht, weil er nur mir nicht aufgefallen ist und allen anderen wäre er aufgefallen. Aber für mich, mir persönlich, wäre er jetzt nicht aufgefallen und wäre vielleicht der Einzige, wo ich sagen würde, okay, da reicht es wirklich noch nicht und ich kann verstehen, warum er manchmal auch nicht auf der Bank hockt. Zweite Halbzeit, dann gleich wieder die Unterhachinger überrumpelt mit dem Tor von Jonas Bauer. Danach gab es in der 49. Minute die Auswechslung Hottmann für Eisenhut und das hat das Spiel auch noch mal brutal belebt. Hottmann mit seiner körperlichen Überlegenheit hat da sehr viele Räume klargemacht, sehr viele Gegner auf sich gezogen. Daraus ist dann auch das Tor mit Noah Ganaus entstanden. Also Hottmann und Ganaus haben zumindest gegen Unterhaching mir jetzt sehr gut gefallen. In der 2. Liga wird es natürlich schwieriger, aber die zwei haben sehr gut harmoniert, hat sehr viel Spaß gemacht. Ganaus eben, habe ich vorhin mal erwähnt, in der 2. Halbzeit rechts außen gespielt, hat er für mich besser gemacht als den Stürmer, wobei ich das natürlich schwer von außen alles sehen kann, weil da müsste man irgendwie von oben schauen, weil in der 1. Halbzeit war natürlich seine Aufgabe eher auch das Offensivpressing, was jetzt Hottmann übernommen hat, aber mir persönlich hat er als rechts außen ein bisschen besser gefallen. Hat aber dazu geführt, dass Jonas Bauer auf die linke Seite musste und ja, als Rechtsfuß ist dann immer schwieriger. da hat er sich ein bisschen schwer getan mit den Flanken, aber das Tor hat er geschossen, das muss auch langen. Auch in der 2. Halbzeit hat mir Jonas Bauer sehr gut gefallen, also da sind halt die Flanken dann nicht so perfekt gekommen, da muss er vielleicht, wenn wir ihn öfters links einsetzen wollen, ein bisschen an seiner Schusskraft arbeiten oder mal beziehungsweise überhaupt abschließen. Er ist sehr Mannschaftsdienlich, da muss man dann auch vielleicht irgendwann mal egoistischer werden, aber der ist noch sehr jung und hat erst seine ersten Zweitligaminuten gemacht, das kommt schon noch. Aber worauf ich hinaus will, Hottmann hat mir sehr, sehr gut gefallen, sehr gute Einwechslung, offensichtlich noch nicht die Körner für 90 Minuten, aber auch für ihn, glaube ich, dieses Testspiel sehr wichtig gewesen. Auch Leopold Wurm wurde dann eingewechselt in der 72. Minute und hat noch ein paar Minuten bekommen, hat aber jetzt nicht so viel machen müssen hinten, weil das ist eben der einzige Kritikpunkt, den ich vielleicht hätte an der Gegnerauswahl. Dio und Dachinger haben dann die halbe U19 eingewechselt und da gab es ein, zwei Spieler, also vor allem den Grattenmacher, der ist ja der Bruder von dem Ulmer Grattenmacher, der ist 16 und ja, körperlich überhaupt noch nicht gewachsen für diese Herrenmannschaft. Also da weiß ich wirklich nicht, wem das irgendwas bringen soll. Uns hat es nichts gebracht, weil, wie ich habe ja vorhin gesagt, Brian Hain hat da teilweise drei Leute hinter sich hergezogen, da hätten die sich an seinen Trick hängen können und der hätte sie trotzdem noch mitgeschliffen. Was soll dir das als junger Spieler helfen, dass du da so nass gemacht wirst und was soll es uns helfen, dir dann wäre ein Trainingsspiel besser? Aber das war zum Glück erst nach der Trinkpause, dass die Unterhanger dann so abgefallen sind, aber ich würde jetzt mal sagen, die letzten 25 Minuten haben am Ende dann keine mehr so groß weitergebracht, das war dann Feierabend-Kick, aber da ist leider eben Wurm reingekommen, hatte dann auch sehr viel, viel Platz, der konnte einmal von so einem weiten Ball, den er abgefangen hat, von der eigenen Hälfte bis zum gegnerischen Sechzehner ziehen, hat dann auch abgeschlossen, aber der Ball wurde geblockt, aber wie gesagt, die letzten 15, 20 Minuten, würde ich behaupten, waren jetzt für keinen mehr ein großer Erfahrungsgewinn, weil die Unterhanger dann eben ihre U19 reingeworfen hat und da hätte man dann auch ein Testspiel gegen unsere U21 machen können, wenn man das wollte und so ist es dann 5 zu 1 ausgegangen, das 5 zu 1 hat eben Niklas Ansbach geschossen, den ich jetzt vergessen habe, weil der Live-Ticker die Auswechslung komisch angezeigt hat, der wurde in der 50. Minute eingewechselt, ist mir jetzt persönlich auch nicht so krass aufgefallen, hat sein Tor gemacht, könnte aber auch wieder daran liegen, dass ich nicht besonders auf ihn geachtet habe, aber wie gesagt, wenn man keine Fehler macht, fällt man auch nicht auf und wenn man das Tor macht, hat man recht und dann war es das auch schon mit dem Testspiel, Postkasse ist doch ein bisschen länger geworden als gedacht, ich hoffe, euch haben meine Einschätzungen trotzdem Spaß gemacht, auch wenn es jetzt, ich kann offensichtlich nicht kürzer und ich schaue mal, dass ich nächste Woche noch eine Ausgabe aufnehme, aber ich habe auch einige Termine und ich hoffe, dass es dann nicht zu knapp wird, weil ich habe einen Spieler angefragt, aber ich weiß nicht, wenn es dann Richtung Ende der Woche geht, ob sie dann weniger Zeit haben wegen dem Training, das kann ich nicht sagen, deswegen lasst euch überraschen, ob es nächste Woche eine Folge gibt, ansonsten viel Spaß in Hamburg.